Der Klingel Frau, ich habe etwas für Sie. Oh, was ein schönes junger Mann. Jetzt kann ich endlich umdrehen, ohne Schmerz. Mach dich nicht zu schwer, Frau. Ich will nicht, Sonny. Und hier, lass ich dir etwas geben, für all deine Hilfe. Verständlich. Alles tut mir leid. Bleib da, okay? Ich habe dir ein paar Medizin. Es wird nicht gut schmeißen, aber ich brauche, dass du es trotzdem nehmen kannst. Keine Worte. Ich kann es so machen. Das ist das, was ich höre. I'm next in morgen. Morgen. Hey, wie fühlst du? Better. Es tut mir nicht mehr. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Hey, was ist das Buch? Oh, ja. Ich glaube, ich sollte dich introduceieren. Ich bin Grimoire Weiss, Wielder von Arcane. Oh. Hi, Weissie. Jetzt, hier. Mein Name ist... Weiss hat auch Angst vor dir. Wirklich? Oh, danke, Weissie. Ich glaube, dass die Worte der Familie von diesem Baum ist. Insofern, ich muss mit Popla sprechen. Bleib hier und du dich auf den Rest, okay? Okay. Hey, ich dachte mir, ich versuche, Stüh zu machen. Haben wir noch Venison oder Weizen? Stüh? Ähm... Ich will nicht, dass sie so schlecht fühlen, aber ihr Kochen ist... Okay, Yona. Lass mich mal sehen, ob ich deine Ingeniee anbauen kann. Wirklich? Danke. Ich bin sicher, dass du es liebst. Ich liebe es. Ja, wird er. Aber nicht, weil es wirklich schmeckt. Ingredienz für unser home-kochtes... Mehl, hm? Ist da etwas, was du sagen willst? Oh, nein. Nein, nein, nichts. Es ist alles... Du, 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 du... Schau, ich weiß, Yona ist nicht ein 4-Stars-Chef oder sowas. Aber sie setzt ihr Herz in das. Nur ein realer Kerl würde nicht den Effekt erhören. Welcher Bruder denkst du, ich bin? Hast du mich gehört, dass du etwas aus der Größe wahrnimmst? Ich glaube nicht. Nur... Na gut... Glückwunsch. Ja... Ich kann wässern? Wo war denn jetzt die Kruge? Und das Wasser? Also können wir hier wahrscheinlich noch mehr Felder machen irgendwann, oder? Ja, Dünger bräuchte man dann eigentlich auch noch. Dann müsste ich da noch mal hinlaufen, ey. Gibt's hier keinen Fast-Port, Bohnsamen-Port-Töten-Dalienreis-Flaschenkürbis. Was war denn das, was so viel gekostet hat? War das ein Flaschenkürbis? Das sieht schon auf jeden Fall anders aus. Äh... Reispflanzensetzling. Oh, das ist gleich ein ganzes Feld voll, sehr schön. Okay. Das hat auf jeden Fall irgendwas. So, was wollte ich jetzt machen? Wir müssen den Dünger abgeben. Wir brauchen Weizen. Und Hirschfleisch habe ich ja schon. Wie viel Hirschfleisch brauche ich eigentlich? Äh... Ein Hund auf Abwägen. Ballade der Zwillinge. Ne, also... Jonas Haus gemachtes. Ein Hirschfleisch, ein Weizen. Okay, Weizen kann man kaufen. Äh... Vermutlich. Der andere wird 10 Arzneien in der Sack. Äh... Du gibst deinen Dünger. Oh, danke. Sorry, dass du all diesen Weg machen kannst. Hier ist das Geld für die Materialien und ein wenig extra für deine Probleme. Und hier. Nehmt eine Blut und ein Pack Fertilizer. Du wirst überrascht, wie schnell diese Dinge werden. Was? Kann ich Weizen sagen? Kürbis? Kürbis? Eier? Eier pflanzen? Weizensetzlinge? Warte mal, bevor wir jetzt da Weizensetzlinge kaufen... Achso, ihr deliveriert. Ich habe das Tray in einem Stück. Sorry. Ich weiß, das muss schwierig sein. Hoffentlich ein bisschen Gold hilft dir. Du hast das Zeug Regenwurm, Gegengiftgraus, Arzneikraut. Habe ich 5. Der braucht 10 für sein Zeug. Könnt man suchen, wenn wir wieder irgendwo unterwegs sind. Wir müssen eh nach dem Hund schauen. So. Wie schaut's aus? Weizen. Weizen. Boah, 500. Bist du verrückt. Kürbis? Alter, wir brauchen 10 Weizen. Das heißt, wir bauen das an. Wir werden es nicht kaufen. Wein. Hi. So, den Hund haben wir dann auch. Ey, momentan ist es einfach nur so ein bisschen Leben und nebenbei... ...das Zeug machen, ne? Und warte mal, nächster Morgen ist es grad... ...immer noch dunkel. Dunkel, ja. Sein Hund ist das nicht, oder ne? So, jetzt gehen wir erst mal den Brief der Popula. Halt, nein. Weil erst, wenn wir es einpflanzen... ...das ist doppelt erweitert worden, jetzt hab ich alles voll. ...einpflanzen. Weizen. Oh Gott, ich müsste das alles wässern. Wow. Das wird schon ein bisschen hart, wenn ich ehrlich bin. Jetzt weiß ich ja auch, was da welche weiter mit... ...Boah, Shit auf das... auf das... ...ding haben sie überhaupt keinen Bock. Aber ich kann ja nicht mal düngen, kann das sein? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich muss vorher düngen. Verdammt. Blütendünger, extra Dünger. Machen wir mal extra Dünger. Wow, man sieht auch nix. Wie lang leben die jetzt eigentlich da schon? Jetzt mal ernsthaft. Wenn die da jetzt schon länger dort sind und immer wieder alle Aufgaben erfüllen und sonst irgendwas... Warum haben die bisher noch nie ein Feld angepflanzt? Bis auf, das kriegt dann 50 Weizen oder sonst irgendwas. Ein Feld voller Weizen und beim anderen Bund... ...dür man dann alles andere einpflanzen. Können wir die Gießkanne aufwerten, damit wir alles auf einmal gießen können. Ich mein, ich hab Story of Seasons gespielt. ... ... ... ... Wow, halt eine Blume da einpflanzen. Ja, das dauert gerade ein bisschen. Äh, ein Turpenzybel. So, zwei Felder haben wir noch, einpflanzen, Fräsienzwiebel. Ja, können wir auch mal schauen, was das eigentlich alles irgendwie bringt oder wer das? Äh, machen wir noch einen Bohnensaal. Ist das, was wir auch hinten haben, oder? Ja. Wahrscheinlich, wenn ich damit fertig bin, kann ich, kann ich wovon wir da anfangen. So, jetzt kriegst du erst mal ihr Zeug für den Eintopf. Hey, Yonah, ich habe deine Ingedienste. Yay! Okay, hold on. Ich werde jetzt anfangen. Yonah, warte. Hey, Yonah, ich werde jetzt nicht zu lange gucken, oder ist es dann, um die Fleisch in kleine Stücke zu schneiden? Äh, nicht zu lange zu gucken. Be careful not to boil it too long, okay? Come on, I'd never forget that. Oh, oh. Ich erkenne mich die meisten von den Ingediensten, aber die Zutaten des Meeres sind so groß, dass ich nicht, dass sie durchgekackt werden. Echt, okay? S-sure, Yonah. Es sieht, ähm, gut aus. Komm, morgen. Yonah ist nicht der einzige, der hier ist, der krank. Ja, du hast dir auch einfach beim Kochen helfen können. Dorf helfe. Don't worry about me. I'll even drink the medicine, Popola made. Even though it's really gross. Just, come back for me. Okay? Okay. Ich würde mal... Ich würde mal... Ich würde besser nehmen, wir warten erst noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall hell. Aber mit jeder Aufgabe geht scheinbar ein bisschen Zeit ins Land. So, jetzt wollen wir erst mal den Brief abgeben und wir wollen die beiden singen hören. Ave Maria. Popola haben wir heute gesetzt. Ja, okay. Warte mal, ich sollte doch hier irgendwie helfen mit Büchersortieren oder sowas, ne? Ah, die da oben. Wir geben jetzt erst mal das Zeug ab. Äh. Jetzt los. Hey, ich bringe dir eine Liede. Ich bringe dir eine Liede für dich. Oh, danke. Oh, dear. What's wrong? It's from the mayor of Seafront. He says that a horde of shades have appeared in the area. That's not good. My weapon was practically useless against the giant shade we fought there. I wish there was some way to strengthen my weapon. You know, there's a little shop at the entrance to the junk keep that might be able to help. Oh, if you bring them materials, they should be able to use them to enhance your weapons. Interessant. Guess I'll check it out. Oh, but it won't be free, you know. I figure you'll need around a thousand gold or so. Got it. Can I ask you a favor, Popola? Sure, what is it? I heard you and Devola used to sing together at the tavern and I was wondering... Oh, goodness. Well, yes, it's true we used to sing there, but I haven't done that in some time. Too busy? That's part of it. But also, I need a certain drink before I can sing in public. I'm a little shy, if you know what I mean. Well, that should be no problem, right? It's a tavern after all. Actually, the stuff I like to drink is pretty rare. Still, they used to order it from the tavern and Seafront from time to time, so... You could try asking there. Hey there, do you mind giving me a hand with this? Yeah, los. Bücher-Intelligenz. Sure, what's up? Popola asked me to organize her bookshelves, but it's kind of a big job. I'm hoping you can take care of a few of them. Here, this book goes in the second shelf on the left, on the east side of the second floor. Ehh... Ehhhhh... Zweite Regal von links auf der Ostseite in der ersten Etage. Ehhhhh... Ehhhhh... Warte mal... Zweite Regal von links... Äääh... Hä? Was ist das da? Was ist der Grund dieses Platz? Das macht mich. Vielleicht ist es Popolas Hobby Corner. Was ist das? Es sieht aus dem Schaden, den wir in dem gebliebenen Schrein gesehen haben. Hier ist der Ort. Das erste Buch ist fertig. Danke. Jetzt fahre dieses Buch auf der dritten Schraube von der rechten. Auf der dritten Seite des ersten Schraubens. Hey, Weiss? Ja, Schlapp. Bist du nicht alle kraftvoll? Kannst du nicht, du weißt... benutzt Magik, um dieses Platz in Form zu zappen? Die infiniten Kraft des Grimoire Weiss ist nicht für solche trivialen Aufgaben zu verwendet. Das ist nicht trivial. Du bist derjenige, der mit hart und ehrlichem Arbeit so entzündet ist. Hier sind wir. Ein Grimoire Weiss. Ein Grimoire Weiss. Oh, ich mag das. Es ist einfach cool. Der zweite Buch ist zurück, wo es liegt. Oh, wow. Das ist eine große Lade aus meiner Meinung. Es ist immer schön, jemanden zu treffen, der den Wert von einem guten Buch. Du weißt? Anyway. Hier ist dein Reward. Ich bin von der Goldstücke. Büchernele ist ganz abgeschlossen. Okay. Okay. Wir brauchen immer noch Weizen. Wir könnten einen blöden Hund suchen. Warte mal, was war denn jetzt das? Verdammt. Wir wissen immer noch nicht, wie wir dieses Wildschwein killen können. Warte mal, wir müssen uns die Waffe verstärken. Und der Adlerhorst wird ja angegriffen. Großes Ei. Großes Eieiei. Oh, fuck. Den Hund müssen wir mitnehmen und zurückbringen, ne? Nee. Muss das sein. Was wissen wir über diesen Schrauben? Ich glaube, da sind die alten Räume geblieben. Es ist voll von alten Schrauben und anderen weilen Sachen, die niemand versteht. Um da zu kommen, müssen wir den Eirn-Bridge überlassen. Oh. Popolis sagt, diese große Metallkraten benutzen, um die ganze Zeit in der alten Welt zu crossen. Die Menschen waren sicherlich wunderschön. Ich weiß nicht. Wenn sie so smart wären, warum haben wir so das? Oh, warte mal. Warum sammle ich das? Ach so, weil ich wieder Zeug einkassieren kann. Oh, warte mal. Warum sammle ich das? Ach so, weil ich wieder Zeug einkassieren kann. Aber das ist ja jetzt eigentlich egal. Hä? Wie viele Viecher sind denn hier? Okay, wir gehen jetzt zum Adlerhorst, hauen die Schatten weg. Das mit Wache verstärken können wir uns erstmal sparen. Also müssen wir das schon machen, aber... Weil wir ja jetzt eh ein stärkeres Schwert haben. Ja, wir probieren unsere Schweinchen jetzt nochmal. Was ist denn da oben? Das sind wieder diese dampfenden Viecher. Was ist drin? Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Oh, ne? Ja. Ich bin dran, wenn ich sie mit alleine fasse. Oh, okay. Ja, der steht halt gleich wieder auf, das ist das Problem, ne? Hä? Ich dachte, der macht immer eine Spre- Okay. Fuck, fuck, schaffe ich dir mal ausgewichen. Da, der ist mit B, geht nicht, dass der einen Todesstoß macht. Ja doch, es ging doch. Okay. Ich dachte, das geht nicht. Okay, aber die alte Schrotthaufen draußen, Märchenwald. Stimmt, im Märchenwald war man ja. Jetzt gehen wir erstmal in Ablaufhaus und irgendwas abmurksen. Wir müssen mal alles wieder einsammeln, weil ich alles verkauft habe. Ich sag's doch. Alter, ich muss so hart, ey. Ich muss so hart, das also gibt nicht wirklich Sinn, aber egal. Ding ist nicht da. So. Was war denn, nur einer? Schnell, sonst lösen die dämmigen Mistviecher wieder auf. Warte mal, gibt es überhaupt Sinn? Die schicken... An... An... Dieses Meeres statt schicken die Brief, am Brief, dass die angegriffen werden. Wie groß ist das Ding eigentlich? Alter, da kommt man wirklich überall weiter, ne? Wie groß ist das Ding eigentlich? Alter, da kommt man wirklich überall weiter, ne? Okay. Wie geht's weiter? Ich hab noch eine Plattform aus zum Kämpfen, oder? auch nicht muss er hinten dann hin oh hier sind 2D-Level, oder? da ist es, oder? auch nicht oder da gegenstände sammeln freigeschaltet melonsamen es hat doch geheißen, dass die von Schatten angegriffen wurden oder? da bin ich jetzt doof haben wir überhaupt eine Aufgabe dafür? nicht abschließbare, gibt es auch nicht abgeschlossene Aufgaben, alle Aufgaben okay, ich musste gar nicht hierher, ne? oh man und das weiß ich jetzt woher? so ein Käse ups bitte ich muss doch den anderen Weg gehen, den können wir nochmal ausprobieren können wir da von da aus gleich hoch springen? wollen wir das doch nicht ne, jetzt probieren wir gar nicht erst aus da kannst du jetzt da hochgehen, danke könnte es sagen äh, halt warte hoch ach ja vielleicht hat er, vielleicht hat er der Haupt, äh, der Hauptschicht der Holp, ne der Holpkling, aha der Bürgermeister wurde in ja der Bürgermeister kreisen, ich weiß gar nicht schön für dich ja, ja immer alles auf die Schatten schieben äh, schieben, ja 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 da geht es auch noch mehr ne auch nichts wow, es ist gerade echt komplette Zeitverschwendung was ich hier mache Geh, bevor du rauskriegst. Oh, es gibt keine Grund, um zu gehen. Lass unsere Stadt einmal. Du bringst die Todes in diese Stadt. Also gut, haben wir 10 Minuten dafür verschwendet, zu dem dämlichen Adler rauszugehen, um es beleidigen zu lassen, um es anmaulen zu lassen und so weiter und so fort. Und am Ende damit nichts dazustehen. Also auch so ein paar Samen zum Einpflanzen. Ganz kurz hab ich gedacht, ich schütze jetzt ab. Ob das irgendwas reißen würde? Wahrscheinlich nicht, aber... Wobei... Wir sind bisher immer nur halb mehr ertrunken, dann ist er angespielt worden irgendwo. So, Adlerhorst hat es ziemlich rausgerissen. Wir sind die Besten. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Das Wildschwein ist wieder da. Und was ist jetzt hier los? Was kann ich hier machen? Das Wildschwein ist sicherlich im Schlauch. Und wo ist es? Ist es sicher ein Schlauch? Das Wildschwein ist sicherlich die Stimme, die Stimme und die Stimme zu sehen. Das Wildschwein ist sicherlich in der Welt, der Wildschwein ist sicherlich im Rundschwein. Und da ist es sicherlich so im Schlauch. Das Wildschwein ist sicher nicht so, dass es auch so ist. Die Kuppau oder was? Es ist sicher hier kalt. Suche Zuhörer ist sehr schlecht. Es gibt Probleme auf dem Weg. Ich bin sicher. Du weißt, ein wenig Optimismus würde jetzt und dann nicht wehren, Weiss. Suche Zuhörer. Wurzel, Mann. Okay, mit der kann ich ja nicht reden. Sieht aus, wie wenn so eine Sekte angehören würde oder so. Willkommen bei den Sekten, Freunde. Hier ist halt gar nichts. Ich habe die Karte sogar da vorne. Okay, hat er ziemlich rausgerissen, hier herzukommen. Ich denke, oh, oh, das wird vielleicht schwerer als Gebiet sein oder so. Bis auf ein paar Kisten zu trümmen, ist hier leider gar nichts. Also bis wir da irgendeine Aufgabe kriegen. Zeitverschwendung. Aber es schaut wenigstens schön aus. Der einzige Sinn dahinter. Ich schreibe es uns aus täglichen Briefe. Er macht sich immer so viele Sorgen um mich. Äh, wo schreibst du die Briefe hin? Ich bin überall. Das ist bloß ein Ruhschweinchen. Wenn er ein bisschen schneller beim Aufheben wäre, wäre gut. Oh, was? Boah, war die Zneigralle? Ich war an einem Felsen, ja. Oft ist er mit Felsen wachsen zu lassen, da hat Eisen zu sein oder Silber. Oder noch mehr Silber oder Gold. Der Ton ist auch in Ordnung. Der Ton gibt 600. Leicht übertrieben, zwei Schafe so wegzumähen, aber okay. Oh oh. Kleiner Sack ey. Bist du dir wegen angegeben von deinen Ladies oder was? Ich bin hier der geiste Bock im Stall. Okay, jetzt reißt hier auch nix, da kommen wir nirgendwo hin. Oh, jetzt macht er bloß einen kurzen Flug. Verdammt. Ich schätze immer ein, dass der Gelenk weiterfliegt. Jetzt holt mich das Buch wieder voll. Ah, bist du okay, Lade? Ja, ich bin okay. Du hast die Gesundheit verloren. Du musst dir mehr vorsichtig sein. Ja, danke. Ich überschätze dann zu, Arich, Alter. Verdammt nochmal. Stärke-Trip. Oh, da komme ich dann über? Gepäckle, mehr kannst du dich tragen, verdammt. Ja. Ja. Ja.